Was mache ich hier? Ich bin Jeremy Zimmermann, ich bin Co-Founder La Quadrature du Net, eine frische Organisation, die die Freizeit online defendet. Mein Name ist Constanze Kurz, ich bin Informatiker, Hacker und Aktivist. Ich bin Matthias Kirschner, ich arbeite für die Free Software Foundation Europe. Mein Name ist Jillian York und ich arbeite für die Electronic Frontier Foundation. Mein Name ist Sascha Lobo, ich bin Autor und Internetunternehmer. Ich glaube, wer sich überlegt, für Netzpolitik.org zu spenden, sollte sich fragen, wie es wäre, wenn es diese Plattform nicht geben würde. Ich glaube, dass Netzpolitik auf eine Art und Weise funktioniert, die zwingend erforderlich macht, mit anderen Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Meiner Ansicht nach sollte man für alle Informationen, die einem wichtig sind, auch wieder Geld dafür bezahlen, um eben das zu unterstützen, dass es das langfristig geben kann. Die Zeiträume sind von 10, 20, vielleicht 50 Jahren. Vielleicht werden wir alle tot, wenn wir gewinnen. Oh, ich denke, dass jeder sollte zu Netzpolitik donate. Ich denke, dass es die beste Weg zu lernen, über die Digital Rights in Deutschland ist. Und ich denke, dass man einfach mehr Katz benutzt.